Hallo Leute und herzlich willkommen hier wieder bei CubeSeption 2 und jetzt sind wir hier irgendwie auf der Suche nach dem Thron öffnen. Und Max hatte noch eine Idee und da renne ich jetzt schnell mal hin. Wo bist du her? Ich bin noch in der Bibliothek. Oh Gott, ich stehe hier im Eingang. Ah, ich sehe den Namen. Da, okay. So, da leh. Okay, jump, jump. Ah, ich bin schneller. Ah, okay, warte. Warte, was? Ach, hier oder was? Ja. Ach, nö. Oder kommen wir hierher? Ja, kann es sein, dass wir hierher kommen? Ich glaube, nee. Doch, doch, doch. Nee, nee, nee. Doch, doch, doch. Nee, hier kommen wir her. Sind mich sicher. Echt? Ja. Die Tür haben wir erst später aufgemacht. Verdammt. Okay, ähm. Echt? Wir kommen hierher? Ja, doch, doch. Hm, shit. Ah, stimmt, ja. Die Tür haben wir erst später irgendwie geöffnet. Verdammt, okay, ähm, ja. Fuck, wir müssen jetzt immer noch irgendwie den Thron hier öffnen oder, ja, den Thron öffnen, gell? Ja. Und dafür brauchen wir jetzt aber leider irgendeinen Knopf oder wir sollten ins Feuer gucken, aber wir brauchen noch irgendeinen komischen Turm. Hat er doch gesagt oder so? Ja. Ha. Nur ich hab den Turm, also den Turmnamen hab ich noch nie gehört. Okay, ich lese auch hier fast nichts, aber... Councilor Tower. Toll. Und wenn man einfach mal alle Türme angucken könnte hier, ich denk mal, weil da hinten war ja irgendwo ein Knopf, ne? Ja. Die Frage ist, wie man da hinkommt. Das würde ich gerne auch mal wissen. Warte mal, vielleicht ist hier irgendwas. Ich seh jetzt hier fast gar nichts, aber... Hm. Wo haben wir jetzt den Sattel her? Von den Schweinen? Echt? Da waren die, okay. Ja. Hä, ich rafs grad irgendwie ehrlich gesagt nicht mehr. Ich auch nicht. Warte mal, in den Wasserfall können wir auch nicht machen. Ja, die was muss man auch noch mit dem Battendamm machen. Das ist die Frage, was? Du musst doch irgendwie was tun. Ja, irgendwo für sollte er gut sein eigentlich. Warte mal. Aber hier ist auch noch eine Zurte. Hier müssen wir durch. Ja. Kriegen wir vielleicht die mit dem Button auf? Das hab ich ja eigentlich auch schon geguckt, aber irgendwie... ...hat's nicht so ganz funktioniert, wie ich wollte. Drück mal auf den Button. Wo ist Transmitter Station? Oder Frage. Hä, wo bist du jetzt? Jetzt bin ich runter. Auf der Hoffnung, dass ich noch irgendwas entdeckte, was ich vorher noch nicht gesehen habe. Aber ich glaube ehrlich gesagt nicht. Hä? Ist das gerade komplett bescheuert? Das ist immer so, oder? Manchmal findet man was und manchmal braucht man wieder zehn Jahre, um irgendwas zu finden, sowas ganz kleines. Das scheint ja jetzt wahrscheinlich irgendwo im Arsch der Welt. Scheinlich, Mann. Aber was haben wir? Wir sollen jetzt... Da stand ja irgendwas, wir sollen jetzt Feuer gucken, oder so? Ja. Also, ich geh nochmal hoch. Hm. Aber hier ist mir nichts mit dem Feuer. Da ist einfach nur Feuer. Da drunter ist so ein... So ein unendlich brennbarer Stein und dann... Das war's auch. Ja, und da hochkommert man nicht. Äh... 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 Und ich guck mal noch, dass man bei der Bibliothek irgendwie noch hinkommt. Ich hab keine Ahnung, was jetzt machen müssen, ehrlich gesagt. Und am Ende sagen uns eh wieder so, äh... Blöd. Ja. Da kommt man ja auch nicht durch, hier durchs Gitter. Da kommt man ja auch nicht durch, hier durchs Gitter. Äh... Ja. Blöd? Die Bücher finden wir aber den Hauptweg nicht. Ja. Warte mal, Lianen sind die irgendwo Lianen längere? Ne, ne? Ne. Warte mal, ich mach ihn mal schnell heller. Ähm... Ah, schon viel besser. Ich hab die ganze Zeit auf Moody gespielt. Schön blöd. Alter. Warte mal. Ah, warte, ich hab's, ich hab's. Hm, ich hab's. Ziemlich sicher hab ich's. Wohin? Ja, wo soll ich hinkommen? Das Ding drücken einfach. Diesen blauen Knopf. Oh Gott. Oder ich glaub, das brauch... Ne, oder doch, doch, brauchst du. Bitte klapp, bitte klapp, bitte klapp, bitte klapp. Ich hab jetzt noch... Ich eile gerade da hin. Jo, passt. Bitte, bitte, bitte. Ein bisschen. Ich sag dir, ich sag dir, wenn's klappt, sag ich dir, wo ich bin. Bitte. Und? Ne. Schade. Hä, ich bin grad bei dem Ding gewesen, bei diesen... Ähm, bei diesen komischen... Ach, was war denn das? Wie hießen das? Wie haben wir das genannt? Wo diese komischen Treppen so komisch hochgehen, weißt? Ach, ja, das dann... Weil da haben wir auch noch nicht alles geöffnet. Bis so weit bist du gelatscht. Ja, so weit zurück. Durch den Schweinestall und alles. Fuck. Weil irgendwie, glaub ich, müssen wir das auch noch machen. Ah ja, hier, hier ging's dann runter. Ich hab den Weg gefunden, wie wir zu diesem Thron gekommen sind. Supi. Ja. Ähm, das war auf dem Friedhof da noch, was weiß ich, was hier noch alles rumstand. Ich hab ich keinen Plan, was man hier machen soll. Warte, warte. Wo man hier... Also ich hätt jetzt noch die Idee, dass wir echt da rein müssen. Da hoch halt. Wo rein? In dieses komische Treppen-Zick-Zack-Ding. Hä? Wieso das? Weil wir das da noch nicht alles geöffnet haben. Ich hab ein... Ich hab ein Dragon-Egg gefunden. Ich glaube, jetzt hab ich's angeklickt. Die Frage ist... Ah, jetzt hab ich's hier. Wie baut man die Dinger nochmal ab? Was für Teil-Eggs? Diese... Scheiße. Das Tele-Pet sich die ganze Zeit. So ein Drachenei. Ender-Drachenei. Liegt hier... Keine Ahnung. Ich hatte sowas noch nie. Ähm... Ich hab echt keinen Plan. Warte mal. Aber irgendwie muss es irgendwo lang gehen. Ja, irgendwie müssen wir auch diesen verkackten Thronsaal aufkriegen können. Na ja, aber ich denke, um ehrlich zu sein, dass das erst... ...später kommt. Glaube ich. Irgendwie. Spack. Ähm... Hä? Was war denn hier eigentlich das Problem? Hier war irgend so ein Ding vorgestellt, gell? Weil das... Dieses... Dieses rote... Also dieses... Das ist so ein riesenrotes Ding, wo man dann... ...hinkommt. Und das hat Verbindung mit dem Turm. Deshalb dachte ich, dass wir hier lang müssen, weißt du? Aber hier hoch kommen wir ja nicht mehr. Oder... Oder kam ich hier hoch irgendwie? Warte mal. Achtung, geh nochmal zurück. Verdammt. Kann man da irgendwie hoch? Sind wir nur zu blöd dafür? Ich weiß es nicht. Ich guck mal nochmal in den Trauensaal. Warte, wie muss ich da lang... Äh, fuck. Äh, fuck. Achso. Dieser blöde Stein soll da einfach mal weggehen. Oder hier die Tür auf. Das wäre auch nicht schlecht. Was steht denn da? Ähm. Okay. Ey, also irgendwie raus ist es gerade nicht mehr. Hier muss irgendwo was sein. Ja. Ja. Die Frage ist, wo... Ich schau doch mal. Ich lese das Teil vielleicht noch mal im Drohensaal. Vielleicht bringt das irgendwie was. Ja, aber hier war ja eigentlich... Mach keinen Plan. Verzweiflung, Verzweiflung. Wie steht hier irgendwas mit Fire? Look in the fire for the key. Da eröffnet sich was hinter der Goldwand. Wie sollen wir bitte ins Feuer gucken? Das kann noch gar nichts bringen. Ich bin immer noch der Meinung, dass wir erst hier hin müssen. Hä, wo ist... Zu diesem komischen Zickzack-Ding hier. Warte mal, das ist übel riesig. Vielleicht gibt es hier noch irgendeinen anderen Weg. Irgendeinen Weg muss es geben. Verdammt. Ich glaube, der hätte echt an alles gedacht. Hier, man kommt hier nirgendwo drüber. Ich habe was gefunden. Oder? Verdammt, das ist wieder nichts. Oder? Ist das was? Nö, nicht wirklich. Nur so ein versteckter Raum, wo gar nichts drin ist. Super. Den wollte ich jetzt finden. Hä? Du hast auch nichts mehr gerafft, oder? Mehr als vorher. Ich raff's irgendwie jetzt ehrlich gesagt nicht mehr so ganz. Ähm, Peer, ich habe was. Ich hab was. Ich hab ihn. Ich hab den Hebel. Ich hab den Hebel. Was? Okay, warte. Ja. Warte, warte. Ich komm doch schnell hergerannt. Ich will dich jetzt sehen. Oh Gott, du bist mir echt blöd. Oh Gott, im Himmel. Warte, warte, warte. Sag noch nichts. Ich will selber sagen, dass ich blöd bin. Ich hab den gerade jetzt zuflügeweise entdeckt. Im Thron-Ding? Warte. Komm mal zu mir hoch. Ja? Komm mal hier hinten hin. Komm mal hier hinten hin. Warte, okay, gehen wir kurz weg. Äh, Joa. Würde ich gerade gerne. Nein. Nein. Siehst du ihn? Siehst du ihn? Aber da hab ich die ganze Zeit gedacht, dass da irgendwas ist. Da ist er. Da hab ich auch die ganze Zeit geklickt. Da ist er. Hä, ich seh da gar nichts. Ah, vielleicht hat sich das Teil geöffnet. Ich seh da aber gar nichts. Da, direkt da. Da, direkt da. Ja. Ja. Hä, da ist doch kein Hebel. Wo ist dein Hebel? Geh nochmal weg, bitte. Ich hab die Summe weiß gratis. Da. Ach du Scheiße. Okay, ich hab ihn geklickt. Aber ich bin sicher, dass man den klicken konnte. Kann man durch Feuer. Ich denk mal, wir haben diesen Button geklickt. Okay, aber irgendwie hat es noch grad nicht so viel gebracht. Warte mal, vielleicht ist hier auch noch einer. Äh, doch, das ist hier noch aufgegangen. Und dann geht es jetzt runter. Ah, okay. Okay. Ähm, jo, aber es ist schon wieder um, gell? Ja, ja. Da haben sie mich lang verschwendet. Aber ich hab da, ich hab da, also man kann es wirklich im Video sehen. Ich hab da öfter geguckt, ob da irgendwas ist. Nur wahrscheinlich dann nachher nicht mehr und das war das Fatale. Ähm, jo, also ich sag wieder, danke fürs Zuschauen, kommentiert, bewertet, abonniert mich, wenn es euch gefallen hat. Und dann sehen wir uns nächstes Mal hier im Geheimversteck vom Throninhaber, was weiß ich, König, keine Ahnung. Also dann Leute, ciao. Tschüss. 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 Tschüss.